So, Sichtschutz, Sichtschutz. Pass auf, ich könnte nicht mal das machen, verdammt nochmal. Ich grab mich hier von hinten durch. Nee. Alter, was machst du? Das war eine Spinne. Töte sie, bitte töte sie, Max. Ich muss grad nochmal ne Zombie-Hand. Da soll ziemlich ganz schön ein Diamant mit hier. Habt ihr nie gesehen, habt ihr nie gesehen. Ja nun, komm. Ja, ich hab doch schon, alles gut. War das ein einziger nur? Grab dich mal bitte noch weiter rein. Ich hab das ganz häufig, dass die irgendwie weiter unten noch sind. Ich baue dir da einen Sichtschutz von mir aus auf. So, so. So, jetzt kannst du da hin. Das fühlt sich immer nicht so gesund an alles hier. Nee, weil die gerade verrecken da. Guck, der Volliduch hat die da reingestoßen. Jetzt greifen die sich gegenseitig an. Pass auf, ich grabe neben dir ein wenig. Oh, nein. Ich brauche unbedingt Holz, ich raste gleich richtig aus, Alter. Was brauchst denn du? Holz, verdammt nochmal. Für eine Spitzhacke. Oh, ein Creeper, no. Kann ja nix machen, ich hab so eine verwichste Holzspitzhacke. Warte, pass auf, ich hole mir wenigstens mal eben den Skeletman. Den Skeletter. Nein, 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 nein. Ja, komm. Und noch ein Creeper, Alter, das kann nicht wahr sein. Wieso, was ist denn da los? Warum höre ich da so viel? Scheiße, 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 nein. Komm mal wieder zurück jetzt hier. Brauchst du was zu essen? Nee, alles gut. Oh Gott, ich raste gleich richtig aus, ey. Nein, noch ein Skelett, verdammt. Nein. Warte, ich muss ihn wegsperren. Ey, hier sind so viele Sachen. Ey, das ist normal. Vorsicht, das ist ein Skelett. Nein, 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 nein. Ey, du musst mir helfen, du musst mir helfen. Ich kann hier, warte mal kurz. Alter, das ist doch nicht normal hier. So. Oh, ich raste gleich richtig aus, ey. Pass auf, so, das essen wir noch. Marie, bist du auch noch da? Nee, irgendwie war sie weg plötzlich. Ich weiß auch nicht. Na gut. Ähm, wir brauchen Holz und zwar so unglaublich. Ja, da hinten ist ein Creeper, pass mal auf. Ich will hier nur alles mitnehmen, Gold und so. Explodiert doch, Creeper, verdammt nochmal. Ey, das wird so eine gute Runde hier, ohne Quatsch. Ja. Wenn wir denn verdammt nochmal... Ey, ich hab so Angst vor diesem Creeper gerade. Der ist vor dir, der ist vor dir. Der ist vor dir, der ist vor dir. Der kommt doch hoch. Ja. Vor allem, wie du ihn weggenockt hast. Heiß kalt. Mit der Holzspitzergebot gemerkt. So, jetzt nehm ich mir noch. Yes, baby. Und Levelabstieg. Ich bin auf Level 20, Alter, was los? Und du? 13. Du hast wieder nichts vorzuweisen, ne? Ja, ein paar Mal gestorben hier. Oh, ich mach mir noch ein bisschen Licht hin, so. Wir haben einen Diamantenteil. Und wie teilen wir den? Ja, ich krieg den, weil ich ihn abgebaut hab. Aber ich hab ihn gefunden. Ja, ich hab ihn abgebaut. So ein Spinner. Ja, den kriegen wir schon hin. Ja, pass mal auf, ey, hier ist das... Ich drehe doch mehr, ich... Ne, doch nicht. Warte mal, hier ist das grad so unglaublich bekloppt gemacht, ne? Hier geht's wieder nach oben. Oh, hier sind so viele coole Sachen, ey. Die sind nicht so cool. Warte mal eben. Ey, entweder... Ich weiß gerade gar nicht, ob das so eine schlaue Idee ist. Nein! Was denn? Was ist das? Ein Hund, oh Gott. Alles gut. Oh, man, hier sind ja viele Ressourcen, ey. Ja, ich bin auch grad irgendwie ziemlich weit weggegangen von dir. Ich komm gleich wieder. Ja, bitte. Weil ich will zumindest dann das Redstone noch abholen. Ja, warte mal eben. Knochen. Ich versuch mir grad nochmal den Mund... Wenn ich jetzt sterbe und Lava reinfalle, du weißt, das ist absolut super gau. Ja, sowas passiert, muss man drüberstehen, ne? Ja, dann verbrennt alles. Dann können wir nicht mehr Hälfte-Hälfte machen. Ja, oder ich geh jetzt lieber. Nein, jetzt komm. Ja, jetzt kommen sie, sagt er. Ey, ich raste aus bei dem Wasser hier, ne? Das ist nicht normal. Ey, von wo? Von wo? Von wo? Wo kommt denn das Wasser raus? Da. Ja. So, Hundi, komm, wir gehen nochmal ein Stück weiter. Hier ist nix. Komm, egal, drauf geschissen, ey. Ey, ich will jetzt diesen Minenschacht finden. Ich hör das doch. Ich höre es. Guck mal, was ist das hier? Sieht doch verdächtig nach was aus. Zombies, ey, Zombies. Ja, komm. Herr Bergman. Ja. Where are you, Herr Bergman? Ja, ich bin wieder da, wo wir vorhin den Diamant gefunden haben. Komm da mal bitte hin. Ja, gleich. Ich möchte nur ganz kurz ein kleines Erkundungstrüppchen machen und sehe hier schon eine Spinne auf mich zukommen. Und zwei Creeper. Ist ja der Wahnsinn. Und die kommen hier nicht hoch, die Vollidioten. Boah, ich will weg. Ich glaub mir, ich krieg jetzt gerade echt, äh... Angst. Nee, ich hab im Morin, dass es jetzt langsam... Du hast im Morin? Ich hab im Morin, dass es jetzt langsam riskant wird. Ach, du hast im Morin, dann erzähl mir doch nichts. Du, du bist echt mal so ein Idiot, ey. Nein! Alter, hau ab, Mann! Ey, ich bin hier gerade so am Arsch, der Heide, ne? Vor allem, ich frag mich die ganze Zeit, waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Sag mal, wie talkst du hier eigentlich, ey? Sag mal, wie talkst du, Alter? Wie talkst du? Mein Steak is noch nicht ready to slap. Ey, du bist so weit weg da unten, ich kann nicht mal mehr deinen Namen lesen. Nein, Creeper. Zwei Creeper. Ich hab hier seit Ewigkeiten... Oh, Alter! Wir haben... Ist bei dir gerade was explodiert? Ja. So, Max, ich hau ab. Ich bin weg, ey. Okay, I'm out. Evil Fox. Niemals. Doch, tschüss. Ey, das ist doch grad so gut hier. Ja, und genau das macht mir Angst. Nein, genau das ist gerade genau das, was... Ey, wenn ich sterbe, weißt du eigentlich, wie ich dann ausraste... Ne, 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 sorry. Ich hau ab, wirklich. Ey, ich hab hier grad die fetteste Schluck gefunden, die wir ever gesehen haben in deinem ganzen Squirting-Life, Digga. Die Frage ist nur, ist es gerade hell oder ist es nicht hell? Es ist mir grad sowas von egal. Ich geh da jetzt rein. Ey, du bist so naiv ohne Schweiß, Alter. Ich bin auch naiv ohne Schweiß. Ja, komm ich da jetzt hin, ey. Wenn wir sterben, ich raste richtig aus. Ey, du findest mich sowieso nicht. Ich mein, das bringt mir alles leider gar nichts. Weißt du, aus welchem Grunde? Ich hab keine Spitzhacke. Ja. Okay, dann hau ich jetzt doch ab. Tschüss. Aber du würdest das nicht verpassen, was hier ist. Ja, kann ich doch immer wieder hinfinden. Ne, niemals, ey. Ne, niemals. Weil das Geilste, ich sehe gerade, wir waren... Echt? Ja. So, und jetzt hab ich hier noch Gold. Ne, Mann. Das kann nicht wahr sein. Okay, Leute. Wir besuchen das mal ganz cool. Weil jetzt ist nämlich der riesige Lavaberg. Und... Das ist deine Spezialität, da rein zu fallen, oder? Bin hier noch nicht ready zu slurp, Alter. Warte mal, hä? Hier waren wir schon? Und hier unten auch, oder was? Oh, ich hab so... Ich hab gerade so Angst, hier runter zu fallen. Ich hab Angst, überhaupt auch nur einen Schritt weiter zu gehen. Kennst du die Leute, die so am Rand von irgendwas stehen, wo kein Gelände ist, und man... Oh, fuck. ... auf einmal so ein... Nein, Lava! Oh Gott. Oh Gott. Und auf einmal das Bedürfnis hat, zu springen. Kennst du das, wenn Leute dir sowas erzählen? Ey, pass auf. Ich rede jetzt mal kurz gar nicht. Sag mal ernsthaft jetzt ganz kurz. Ja, hab ich. Total. Echt? Ich hab so ein Bedürfnis nicht. Gut. Ey, hier war gerade Lava. Ich weiß nicht mal, warum. Ich seh dich, Alter. Ich bin immer näher an dir dran. Von wo denn? Ja, warte. Ja, warte. Ja, ich hör dich. Ja, warte. Ich komm gleich. Bin ich ready to slurp, Alter. Ja, warte. Geht gleich los. Ich glaub hier... So... Ne, jetzt bin ich glaube ich wieder in die falsche Richtung gelaufen. Oh, es war so klar. Es war so klar! Ey, hier spackt's gerade richtig rum. Nooo! Hä, wo bist du? Halt deine Klappe jetzt. Wo bist du? Alter, beste Musik gerade. Richtig passend. Ich glaub ich muss wieder hier hoch. Ready to slurp, Alter. Oh, oh. Warte, warte, warte. Ich seh dich. Nicht bewegen. Ja. Don't move, man. Don't move. Bist du mit dem Zombie da? Lass mich... Oh! 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 Nein! Nein! Bist du tot? Bist du nun tot? Ja. Fuck, Mann! Ey! Soll ich deine Sachen aufsammeln? Halt die Fresse! Wenn du irgendwas davon aufhebst, bring ich dich um. Lass mich einfach jetzt kurz in Ruhe. Oh, nee. Darf ich deine Spitzlager haben? Liegen da meine ganzen Sachen? Ich weiß nicht mal, wo das war. Ich bin in der Nähe von dir, aber nicht... Nee, 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 nee. Ich weiß nicht genau, wo du längst gegangen bist, aber... Oh, nee, ey. Soll ich jetzt hier warten auf dich, oder? Ja, du wartest da jetzt. Wo war denn das? Du warst doch hier bei dem Wasser wieder, oder? Ja, jetzt warte mal. Jetzt lass bitte einfach kurz da alles liegen. Ich weiß nicht mal, wo die Sachen sind. Ich hatte nicht mal das Bedürfnis, die irgendwie aufzuheben. Mit meiner verwichsten Holzspitzsacke hier. Ich muss dir mal vorstellen, da kniet einer komplett alleine in irgendeiner Höhle mit einer Holzspitzsacke und frisst irgendwelche Zombie-Hände. Oh Gott, ey. Vor allem, es wird genau in dem Moment auch wieder dunkel. Also wieder alles perfekt vom Timing hier, echt. Alter, ich sag dir eins, ne? Ja, wir machen es nie wieder so. Nein, nein, nein. Vor zwei Minuten, als ich so geschrien hab, so sehr, hab ich bei Minecraft noch nie erschrocken. Was ist denn passiert? Ich sag dir, was passiert ist. Pass auf. Äh, ach du giftiger Skil. Äh, ich war so angespannt, bin gerade über die Schlucht gelaufen. Da war nur einmal, oh, jetzt kommt wieder easy listening Mucke, ey. Juhu. Äh, bin über so einen, äh, einmal einen breiten Weg gelaufen. Und genau in dem Moment, als ich kurz schon auf der anderen Seite war, weißt du, ich konnte im Endeffekt, das helllichte, helllichten Tag, weißt du, das Ende der Höhle konnte ich zumindest fast schon erschnuppern, weißt du. Ich konnte sprichen, wie es da ungefähr ausschaut. Und ich, hab ich verweicht. Wenn du Vollidiot fällst, dann, äh, wirst du dann vom Creeper überrascht. Ja, der Creeper kommt explodiert und schubst mich dann in zwei Skelette rein. Und, äh, ein Skelett, gegen das konnte ich mich wehren und gegen das andere, tja. Das Ende dieser Leidensgeschichte dürftest du bereits kennen. Tja, sowas passiert, ne. Ey, jetzt bin ich hier am Arsch der Heide gelandet, ne, ist doch nicht normal. So, das wieder finde ich wieder mit Creeper, weil hier einfach überhaupt nichts. Wenn wir wenigstens den ganzen Weg hier mal ordentlich und konform ausgeleuchtet hätten. Regelkonform. Oh nein, wo kommt er denn her? Da kommt doch immer so ein Skelett von oben, Alter. Und ein Creeper, nein, 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 nein. Ey, das ist nicht dein Ernst jetzt. Ich bin scheiße, ich bin auch in einer völlig falschen Höhle gerade. Oh Gott, Alter, Todesangst. Das ist doch trotzdem richtig hier. Ne, sehe ich nicht ein, Alter, hier kommt irgendwo ein Creeper. Oh oh. Ich raste hier gleich richtig aus, ey. Nein, zisch ab, Alter. Ey, ich kenne den Weg überhaupt nicht mehr. Oh. Ey, ich habe die Werkbank hier hin gemacht, warum mache ich das? Hier springt gerade alles von oben auf meinem Kopf runter. Ah, okay, ich bin wieder da. Ja? Ja. Wo? Ja, in der Schlucht. Ja, wo? Wie? Warum spawnt hier ein Huhn mitten in der Schlucht? Oh, da ist alles wieder. Warte mal, ich muss deinen Namen schildlichen. Ja, ich sehe dich doch. Warte. Wo denn? Du bist unten weiter. Ja. Bin ich zu weit unten? Ja. Ja. Oh Gott. Ah, hier sind schon wieder so viel Creeper. So Huhn, rück raus, was du hast. Oh. Oh. Das war nur ein Schwert. Okay, erst klar. Ah, ich bin so angespannt. Ich muss hier raus. Ah! Ah! Oh Mann. Alter. Nicht schon wieder dieselbe Geschichte jetzt. Ist das nochmal passiert? Sprich mit mir. Ja, halt die Klappe. Oh. Ich muss sofort was essen. Ja, ich würde dir ja was geben, aber ich habe... Oh nein. Nein. Oh Gott, egal. Ey, wo bist du jetzt, Mann? Ja nun, komm. Ja, du bist so lustig. Du bist der lustigste Mensch der Welt. Hahaha. Das ist doch eine wahre Lüge. Ich bin so am durchdrehen. Ey, mich regt das einfach so auf. Hast du eine Spitzhacke dabei? Ja. Ja, dann hol mich bitte ab und dann nimm auch noch bitte den Scheiß, mit dem wir hier liegen haben. Ich werde dich, ich werde einen Teufel tun, Max. Ich bin jetzt gleich weg. Tut mir leid. Ey nun, komm. Es tut mir leid. Du sollst mich doch nur abholen. Ey, hier sind schon wieder tausend Creeper, die ich sehe, wie sie hier alle runterfallen könnten. Ich sehe zum Glück keinen einzigen. Wieso gräbst du dich denn jetzt nicht hoch? Weil ich... Du sollst doch die Rohstoffe mitnehmen hier. Ne, nehme ich den jetzt nicht mehr. Ey, das ist Redstone... Wir können jetzt erstmal einmal alles zurückbringen. Und dann können wir gerne, gar kein Problem. Nein, ich vollidiot. Ey, du glaubst das nicht, was hier alles ist. Das ist das Schlaraffenland. Ich grab mich jetzt hoch. Machen wir das ab jetzt, oder was? Ja. Schweinerei. Wir finden so oder so nicht mehr zurück. Das Ding ist gelaufen. Ich hab doch jetzt tausendmal immer wieder hierher gefunden. Vor allem, ich sehe dich da hinten. Ja, dann komm doch jetzt da hin. Ne, das ist irgendwo durch die Wand durch. Und ich hab natürlich... Nur die Holschepitzsacke, ich komme eh nie mehr raus. Oh, Alter. Das bildet nix. Das bildet nix. Entschuldigung, Leute. Also alle, die jetzt grad zuschauen, es tut mir unglaublich leid, dass es jetzt hier sich vermutlich gleich wieder ein bisschen ziehen wird. Äh, aber ich werd mich jetzt hier ganz sicher nicht, äh, und so... ...